Von meiner außenseitigen Pilzbrut habe ich noch ein klein bisschen was übrig gelassen, hier im unteren Bereich. Und was ich jetzt versuchen möchte, ist, dass ich in diesem Eimer einfach nur durch permanentes Hinzugeben von Kaffeesatz auch nochmal ein Kaffeesatz-Pilzenziegel-Gemisch hochziehe. Hier habe ich wieder frischen Kaffeesatz, der kommt jetzt einfach mal da mit hinein. Dann mische ich mal fleißig durch, dass quasi von überall das Durchwachsen starten kann. Und jetzt drücke ich das noch leicht fest. Dann schnappe ich mir den Deckel und den Deckel, den lege ich jetzt oben auf, ich drücke den gar nicht fest. Und das Ganze stelle ich jetzt an einen kühleren Ort, so 20 bis 25 Grad. Und dann sollte eigentlich das Mycel durch unseren Kaffee durchwachsen. So, das Ganze stand jetzt erstmal ungefähr eine Woche im Keller bei um die 23 Grad. Ich mache mal etwas mehr Licht. Unser außenseitlichen Pilzmyzil ist sehr gut durch den Kaffeesatz durchgewachsen. Wir erkennen sehr viele schön weiße Mycelfäden. Nichts grünlich, gelblich, orange ist, was auf Schimmel hindeuten könnte. Ja, es scheint also wirklich gut zu klappen. Und deswegen gibt es jetzt die nächste Schicht Kaffeesatz. Mit einem ordentlich sauberen Löffel rein damit. Wieder schön glatt streichen, beziehungsweise etwas andrücken. Das war nochmal eine richtig ordentliche Schicht. Ich denke, wir könnten das wieder eine Woche stehen lassen. Den Deckel wieder einfach nur oben auflegen. Und dann gibt es wohl auch schon die letzte Schicht. Für das Mycel suche ich mir mal einen halbwegs geschützten Platz. Hier steht ein kleiner Zwetschgenbaum. Der liefert im Sommer fleißig Schatten. Hier dahinter ist eine alte Holzscheune von uns. Und da dazwischen, da werde ich das Loch für das Mycel anlegen. Hier habe ich jetzt meinen Eimer mit dem Pilzmycel. Keinerlei gräuliche oder gelbliche Stellen, die auf Schimmel hinweisen. Und deswegen kann das jetzt raus in den Garten. Hier habe ich mir schon mal ein Löchlein angelegt. Da hinein kommen jetzt noch ein paar Buchenzweige, die ich mir aus meinem Waldstück geholt habe. Denn auch Buchenholz kann vom Auslandseitling besiedelt werden. Man kann auch da noch so ein bisschen durchwachsen, Nährstoffe bekommen. Und erzielt vielleicht eine etwas längere Fruchtungsphase. Die Zweige haben alle unterschiedliche Decken. Zusätzlich habe ich einen weiteren Kaffeesatz gesammelt. Mit dem fülle ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal auf. Und jetzt versuche ich das Ganze mal vorsichtiger rauszuholen. Ich drücke einfach ringsherum. In der Hoffnung, dass es dann irgendwann nach unten rutscht. Das Ganze natürlich mit sauberen Händen. Dann breche ich es in der Mitte durch. Oder in mehreren Teilen. Damit in allen Ecken was wachsen kann. Ich denke, solche Stückchen hier drücke ich gleich noch so ein bisschen in den vorhandenen verteilten Kaffeesatz. Obenauf dann den restlichen gesammelten Kaffeesatz. Etwas verteilen und andrücken, dass auch wirklich Kontakt besteht. Dann gebe ich weitere Zweige mit drauf. Und dann etwas von der ausgehobenen Erde wieder mit drauf. Ich gieße jetzt schon mal ein bisschen mit frischem Leitungswasser ein. Damit wir da ein bisschen Feuchtigkeit reinbekommen. Und zum Schutz decke ich das Ganze hier mit so ein bisschen Ästen mit Laub ab. Wenn die Fruchtkörper später da durchkommen, liegen sie auch nicht direkt in der Erde und da mit dem Schmutz. Schön weiter eingießen. Und dann warten wir ab, wie sich das Ganze entwickelt. Anfang Oktober habe ich wieder bei unserem Beet vorbeigeschaut. Und überall Austernseitlinge. Sehr erfreulich, da werde ich jetzt auf jeden Fall direkt ernten. Die haben schon eine tolle Größe. Ja Wahnsinn, seht euch mal diese tollen Riesengrüppchen an. Das ging ja viel schneller und besser als gedacht. Denen scheint der Platz hier echt gefallen zu haben. Die sprießen gerade überall raus. Auch kleine Grüppchen sind noch vorhanden. Auch da unten drin ist noch ein Ansatz. Ich decke die jetzt wieder schön zu. Eine ganze Schüssel voll. Habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal bekommen. Im Zeitraum Mitte bis Ende Oktober wächst schon wieder ein Schwung und es kann wieder geerntet werden. Schöne Grüppchen. Richtig frisch. Die riechen auch richtig lecker. Klappt doch besser und schneller als gedacht. Ich bin sehr gespannt, ob das mit Seel überlebt bis nächstes Jahr. Dann würde ich im Frühjahr nochmals mit Kaffeesatz auffüllen. Und dann können wir schauen, ob da nochmal was kommt. Zwischen November und Dezember gibt es nicht nur einen schön sonnigen Tag, sondern auch die Außenseitlinge sind schon wieder gewachsen. Tolle Fruchtkörper und bereits wieder allerhöchste Zeit zum Ernten. Das mit dem Pilzbeeten klappt dann doch besser und unkomplizierter als gedacht. Schon wieder eine schöne Ernte und seit dem Anlegen wachsen die einfach fleißig vor sich hin.